Gut. Könnt ihr alle vier Mal mit den Staten abgeben zum Spiel? Fällt euer Fazit aus? Also wir sind erstmal happy, dass wir gewonnen haben. Wir wussten, dass es kein leichtes Spiel wird, sind deswegen hochkonzentriert rein, konnten uns gut durchzählen und hat gut geklappt. Alles gesagt, würde ich sagen. Wie seht ihr das? Ja, wir haben uns zwei wirklich super gespielt und haben uns gerade in den ersten schnellen Nummer den Schneider hochkauft, das wir recht schnell in den anderen. Dem Vorsprung sind wir noch ziemlich lange hinterhergelaufen. Ja, ich denke auch so, aber ich denke auch noch vor allem, wir sind in das Spiel gegangen, wir sind eine klare Außenseiter. Und hatten uns jetzt auch nicht so viele Chancen errechnet und haben aber trotzdem versucht ein gutes Spiel zu machen. Das haben uns teilweise halt gelungen, aber wir haben trotzdem viele gute Ballwechsel gespielt. Wir konnten im zweiten Satz leider nicht immer auf zweistellige Punktzahl kommen. Aber die erste Ballwechsel, der erste Ballwechsel, der erste Satz war, der war dann aber ansonsten schon alles gesagt, denke ich. Okay, dann für die nächste Runde viel Erfolg. Danke. Und euch alles Gute. Danke. 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 Meine erste Satz ist hier auch so befreut. Ja, 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 ja.